Freunde, ja, wir sind drin in Black Ops 3 im Jahre 2022, ist dieses COD noch spielbar, ich habe schon ein paar Runden für euch aufgenommen und meine Laune war in den Gameplays ein bisschen gekippt, weil echt Triader unterwegs waren, was jetzt aber nicht so schlimm war, sondern eher die Hacker, Modder, whatever. Also ich habe in 6 Runden 3 Hacker gehabt, ne, einer war zum Beispiel unsichtbar, jetzt habe ich nochmal hier ein Beispiel, ja, da ist der Modder, Hurensohn, was ein Hurensohn, da ist wie gesagt sehr schade, weil für mich Black Ops 3 das beste COD aller Zeiten ist, auch besser als BO2, meiner Meinung nach, auch nostalgiemäßig und so weiter. Wie gesagt, nicht wundern, falls die Runden sehr, sehr knapp sind, also dass ich da nur irgendwie ein paar Kills reinschneide oder ein paar coole oder lustige Momente und dann sofort rüber switche schon zur nächsten Runde, nicht wundern, ne, wie gesagt, von 6 Runden habe ich 3 oder 4 Modder, Hacker getroffen, ich habe das auch schon ein bisschen rausgeschnitten, weil ich schlechte Laune hatte und, ja, lassen wir Wert und da, gerne auch ein Abo auf dem Kanal, danke für euren Support, wir gehen rein in die nächste Runde auf der Map Combine, wo ich damals mein erstes YouTube-Video gemacht habe, Einem neuen Black Ops 3-Video, heute gibt es die beste Klasse von der Kuda, wir gehen rein mit der Kuda, Kuda Luda, wir gehen rein und verlieren gerade wieder hart. Oh, ja, schönes Abo. Oh, ja, schönes Abo. Boah, Digga, ist das denn für... Oh, ja, schönes Abo. 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 es macht so laune gerade aber man muss es einfach sagen es ist so krass geil lecker lecker schmeckt dafür spaß entdecker pokémon ne schön bin ich klasse also das ding ist halt black ops 3 wird immer weniger spielbar weil es hat sie alles mit der weile ist es wird da gemordet ist direkt da drin infekte freunde auch eine so schöne wir gehen rein erker 5 auch so eine geile secondary ich weiß gar nicht ich kann gar nicht aufhören alles zu loben in diesem spiel ich bin einfach verliebt in dieses spiel abzuverämt abzukehren mehr ja was ist da los nein da spielt einer doppel hallo junge 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 nein oh gott movement absolut gejoked aber jetzt nicht gerafft diese pistole schepa 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 nein leck mich digga nein mal 14 wenn du dummes schwein du das passiert liebe kinder wenn sich der bruder und die schwester zu doll lieb haben dann entsteht so was gehen rein auf west und wir sind schon mittendrin ja wir sind wieder da ja wir sind wieder da kontrollieren ja 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 er wollte ihn abnehmen aber nicht mit mir ja ey wieso spielt denn jeder arsch mit stolperminen und so ein bullshit die war fahrt black ops 2 damals war ja damals ein vorbesteller bonus wenn du black ops 2 vorgestellt hast hast du die tarnung auch bekommen und noch eine weitere tarnung aus bio 2 okay bro also auch snipen hatte ich in keinem zu die so viel spaß gab wie im black ops 3 ich habe jetzt nicht ultra viel gesnipen ich habe eher man und vb gespielt und so weiter aber trotzdem locus und so weiter oder svg 100 sehr sehr geiles sniper gewehre nein digga boah wie er schwitzt wie er schwitzt wow was holy fucking hell jeder arsch kann zurückschießen junge 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 jungen was läuft ja eigentlich kommen wir rein digga kommen wir rein ja du auch du auch du auch wenn das black ops COD rauskommt oder felsen treaktion hier kommt dass sie dann die map als remake reinhauen oh ja oh ja nein boah digga clean 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 oh die smoothen ich habe es immer nur drauf ne ja er boxt mich du mal so was ist die nuklear yes man ja man nuklear leute yes man so richtig nice wir können das noch eine aufmachen also dass wir sagen Leute holen uns die ppsh aber können uns die kryptos ja sparen dann müssen wir uns sagen das war es schon eigentlich schon von dem Video wenn ich das Video gefallen hat und ihr mehr klassen sehen wollt lasst doch mal ein like da oder schreibt in die kommentare welche Waffe als nächstes sehen wollt würden wir sagen sehen wir uns beim nächsten mal und tschüss Das war's.